Und da dreht es sich wieder, das Glücksrad. Treten Sie näher, jedes Los gewinnt. Sie hat dich gesehen. Was? Mala! Das ist der schönste Teddybär der ganzen Welt und er ist lebendig. Hör auf, deine Fantasie geht mal wieder mit dir durch. Ein Los, bitte. Wo ist denn der Teddybär? Den hat ein Mann gerade gewonnen. Hä? Echt jetzt? Hallo, ist hier jemand? Komm her, kuscheln, kuscheln, kuscheln. Was? Entschuldige bitte, Bolla. Ich bin Teddy. Da ist Teddy, ich muss ihn rausholen. Du willst den Teddy klauen? Psst, nicht so laut. Du bist ein Kuschelbärchen. Was ist denn Kuscheln? Hallo? Sei vorsichtig. Schnell weg. Wir müssen uns verstecken. Das war eine gute Idee, Teddy. Ich hab nicht nur Warte im Kopf. Was glaubst du, wo Teddy jetzt ist? Ich weiß nicht, aber ich hoffe, es geht ihm gut da, wo er jetzt ist. Das ist ziemlich hoch. Ach was, das ist ganz leicht. Los geht's. Alles klar, vielleicht versuchst du es zuerst. Na gut. Freiheit, ich komme. Das kuscheligste Weihnachtsabenteuer des Jahres. Teddy. Mit der Stimme von Beni. Es hat geklappt, Bolla. Das ist für dich. Ein Weihnachtsfest für Teddy. Meinst du das hier mit Kuscheln? Das ist Kuscheln. Im Kino.